Hallo Tamara. Hallo Sonja. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Ich habe schon lange nichts von dir gehört. Ja, tut mir leid. Ich habe im Moment ziemlich viel Stress. Ich bin gerade dabei, eine Lehrstelle als Friseurin zu suchen. Ah, alles klar. Und hast du schon etwas gefunden? Naja, es ist schwieriger als ich gedacht habe. Ich schicke jeden Tag meine Bewerbungen weg, aber es antworten nicht viele Betriebe. Deinen Lebenslauf schickst du eh auch mit, oder? Ja, natürlich. Sogar mit Foto. Ich kenne das. Da brauchst du viel Geduld. Zwei Betriebe haben sich aber schon gemeldet. Dort habe ich nächste Woche ein Vorstellungsgespräch. Das freut mich. Sieh zu, dass du dir etwas Nettes anziehst und selbstbewusst wirkst, damit du einen guten Eindruck hinterlässt. Ich werde mich bemühen. Oh je, ich bin jetzt schon ganz nervös. Du machst das schon. Ich halte dir auf jeden Fall die Daumen. Danke. Viel Glück und melde dich bei mir, wie es gelaufen ist. Mach ich. Tschüss.